Herzlich Willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Westlands beim Swamp Walking Shooting Simulator. Wir suchen den Baum, müssen aber hier durch den Sumpf uns hier durchfrihlen. Jetzt kommen die Güven auch immer im Doppelpack. Oh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Wir müssen hier mal wieder ein bisschen hier links loswerden. Granaten. Ja, lauf da hin. Irgendwie selber ein bisschen. So viel Schaden macht das nicht, ne? Komm, wir werfen mal zwei. Hat Spaß gemacht. Ich tu mir selber weh. Äh, naja. Irgendwie ganz schön enttäuschend. Was soll ich das hier genommen? Egal, das wird wohl auch gehen. Jaaaa, okay. Geht auch. Kein Problem. Nur Problem. Okay, speichern wir einmal. Und dann... Brauchen wir... Komm, wir nehmen einmal hier so zwei Blood Packs. Und... Ein... äh... Red X. Strahlung geht ansonsten noch soweit klar. Da hinten leuchtet's. Da müssen wir mal hin. Gucken, wie viele... Oh, jetzt müssen ja die letzten Meierlerks gewesen sein. Ja. Ja, da hätten wir den Baum. Hm, fleischig. Okay. Und jetzt? Jetzt müssen wir wieder zurück. Das war alles. Hat sie ne Abkürzung? Wir sind noch nicht... Wir sind noch nicht in der Skyrim-Ära, ne? Dann gibt's ja wahrscheinlich keine Abkürzung. Wahrscheinlich... Gehen wir eben hier auf der World Map. Wir müssen da unten dann hin. Achso, weil das hier ist jetzt... So sieht unsere Welt aus. Dann müssen wir jetzt diesen ganzen Weg durch den Sumpf wieder zurücklaufen. Ist das euer Ernst? Nicht einfach irgendwie so ein hoher Abgrund, wo man einfach mal runterspringen kann? Come on now, no giving up just yet. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh! Intelligenz? Eigentlich. Okay, der Rückweg könnte interessant werden. Ihr habt mich... Ihr habt mich. Ich mecker nicht. Alles ist cool. Das ist ja genial. Du möchtest nur das kleinste Hintz von Ungefahr. Aber ich bin sicher, dass woher du bist, du nicht etwas fühlst. Das ist eine Situation, in der du nicht in der Lage bist, dir den Weg rauszukämpfen. Genial ist das denn jetzt bitte. So gehe ich den Weg sehr gerne wieder zurück. Was für ein messer, messerer Geist du hier hast. Ich werde sehen, ob ich es für dich nicht für dich entdecken kann. Ausdauer. Halt durch, du bist fast da. Wo auch immer da sein mag. Wahrscheinlich nirgendwo. Äh, okay. Oh! Jukagoda Quantum. Wo haben wir nur dran geschnüffelt? Also immer gut aufpassen, was man konsumiert. So, Agilität. Ist es nicht lustig, wie alles... Äh... Es ist nicht lustig, wie alles, was du bekommst, äh, dich gegen Ende wieder verlässt? Oh, du machst gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Die meisten Initiativen kommen hier auch noch so weit, du weißt. Okay. Jetzt können wir über's Wasser laufen. Laufen wir auf dem Himmel. Wir laufen auf dem Himmel. Das sieht nicht richtig aus. Nicht richtig. Überhaupt nicht. Wir laufen, wir laufen auf dem Himmel. Das ist ja immer alles gerät gewesen. Hm, okay, hier wird genäht. Du hast einen schweren Zeit gehabt, nicht wahr? Lass Daddy alles für dich aufbauen. Ja, bitte. Oh, Charisma. Letz. Wenn mein Kind so aussehen würde, würde ich es verlassen. Was zur Hölle. Mom! Oh. Jetzt ein Rad trotzdem. Ach. Hier ist eine Atomrakete. Herzlichen Dank, mein Junge. Herr Brake. Wir werden durchführen und alles wird so richtig. Das ist eine Atomrakete. Nein, nein. Töne nicht, nicht. Töne nicht, du wirst dich nicht aufbauen. Töne nicht aufbauen. Äh, Weapon. So, ich hätte auch mal die Brille wieder aufs... Ich müsste auch die Brille mal wieder aufsetzen. Momentan verdatteln wir ja eine Intelligenz, glaube ich. Wir setzen die Brille mal wieder auf. Und kriegen wir dadurch zwei Ausdauer. Das ist richtig gut eigentlich, ne? Die Perception. Was denn? Okay, wir haben es geschafft. Wir sind raus aus dieser Hölle. Und gehen mal zurück zur Kirche. Oh, hier braucht man die Schnellreise aber auch dringend. So, wir sind zurück. Wir wissen, dass ich das gemacht habe und nicht einfach weg war. Und die andere wichtige Frage, stehen wir immer noch unter dem Drogeneinfluss? Hallo, Jimson. Was ist mit mir passiert? Warum tut mein Kopf so weh? Das ist nur die Sensation, die eure Bewusstsein russiert, um seine wahre Potenzial zu erinnern. Es ist das Gefühl, dass keine Bänderungen, keine Grenzen zu haben. Okay, wir haben den Punga-Power-Perk. Sehr gut. Wir kriegen bessere Effekte, wenn wir Punga-Früchte essen. Okay, schön. Ähm, woran glaubt dieser Stamm? Und wer führt diesen Stamm an? Warum habt ihr das Anwesen angegriffen? Aha, also weiß man es hier auch nicht so genau. Wie schafft ihr es, dass hier so viele Punga-Früchte wachsen? Es ist ein Gift von der Erde selbst. Ein Erinnerung unserer perfekten Bälanz mit der Natur und den höheren Plänen. Sie erkennt uns, dass wir das korrupte physische verlassen lassen. Und sie nutzt uns und unsere Reise. Wo kann ich Jackson finden? Alas, nur der wertvolle kann sein der Nexus der Meditation. Er ist nicht fit, um mich zu erinnern. Okay, das kann also dauern. Tschüss. Sei gut. Wir müssen Jackson finden. Und wir müssen das Mädel finden. Vielleicht ist das ja auch hier in den Stamm eingetreten. Oh, so viele Punga-Früchte. So viele Punga-Früchte. Was kriegen wir denn eigentlich, wenn wir Punga-Früchte essen? Möchtet hier auch irgendwo sein, ne? Punga, Punga. So, ja, Fleisch. Hier müsste das dann ja auftauchen. P, Refine Punga-Fude. Minus 15 Rad plus 5 HP. Das ist ja richtig gut. Ach, wir haben auch gar kein Rad mehr. Boah, wir müssen Punga-Früchte mitnehmen. Das ist ja wie Red Away. So besser. Oder so. Nicht ganz, aber... Boah, wir blühen dann hier mal ein paar Punga-Früchte. Ist hier ein Fallout 4? Könnte man die jetzt auch noch anbauen oder ein 76? Gießt. Könnte das sowas wie Dünger sein? Das würde Sinn machen, ne? Wir müssen jetzt auch nicht alle mitnehmen hier. Das reicht jetzt erst mal. Wir wissen ja, wo wir das gute Zeug herkriegen. Right Away. Refine Punga-Fude. Ein Bett. Eine Stunde schlafen. So, was machen wir jetzt hier? Außer Punga-Früchte essen? Was stimmt nicht mit dir? Hallo, Woodrowse. Ein anderer neue Mitglied? What do we offer in a special? Punga may have offered you wisdom, but it looks like it's still going to be a while before you really learn to accept it. Until then, you answer to me. I'm Woodrowse, the tribe mother. Wo kann ich Jackson finden? Not so fast, Grubb. You haven't earned the right to go to the transcendent master's retreat. Aber das hat wirklich so ein bisschen was von Fahrhabe aus Fallout 4. Auch da gibt es ja dann die Gläubigen. Gut, da sind zu dir die Kinder des Atoms. Dem muss man beitreten. Initiationsritus machen. Ja, ja. Das ist eine Insel. Ach, schön. Ja, was machst du in diesem Stamm? Hm, wir führen diesen Stamm an. Damn, you are wet behind the ears. Jackson leads us, and don't you forget, when he talks, you listen up and catch every word. Not that you'll be hearing much for now. He's off meditating. Warum habt ihr das Anwesen angegriffen? Jackson said he saw its destruction in a vision. There were some concerns, but when the leader says it's a mandate from beyond, you don't ask why. Das kann uns wirklich nur Jackson sagen, aber da können wir noch nicht hin. Hm. Ja, warum pflanzt ihr so viel Punga an? Are you kidding? Why wouldn't we? As much as we want to reject earthly desires, we still need to eat, right? It grows fast, fills you up, and you can make a lot of things with it. Anything it doesn't provide, we can get by trading it to outsiders. That shifty bastard Tobar's always looking to buy more from us. Tschüss. Be well. Okay. So, let's hear your voices. Find the location of the tribal leader. Besteht der Stamm nur aus diesen beiden? Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Wo ist euer Anführer, liebe Leute? Wo ist der Rest eurer Sekte? Ich glaube, hier werden wir keine weiteren Antworten finden. Doch. Okay. Vielleicht können wir mit ihm nochmal reden. Okay, nee, die machen nur Meditation. Ach, hier ist noch jemand. Hier sind noch zwei. Weil das sind die Tribals. Okay, das sind einfach nur Tribals. Nadine! Sie sagt doch, die hat sich hier wahrscheinlich angeschlossen. Was meinst du mit glücklich? Den Kopf aufgeschnitten? Wovon redest du? Wovon redest du? Ich glaube, die Stadt sind einfach nie gut. Das sind sie alle, um die Körpers zu kommen. Du bist ja noch gut. Oder du bist? Das hat erstmal aufgen. Wovon wir sie ihr in den Kopf. Wovon wir alles nachgehen. Wenn sie zu plan haben, die in die Körpers zu tun. uns zumalte eine Körpers zu gehen. Wovon wir die Körpers, die Körpers zu gehen. Das war zwei, die Körpers zu gehen. die Körpers zu gehen. Wo kann ich Jackson finden? Hm, es klingt nicht so, als hättest du hier sonderlich viel Spaß. Oh, cool. Äh, kannst du meine Narbe sehen? You're a lucky one. And it probably didn't do any permanent damage. Scar will heal up on its own and you'll be good as new. Of course you'll still be missing a chunk of brain, but it looks like you didn't need that bit anyway. Now hold still and I'll see if I can help you look like your old self again. Scar removed, ja wunderbar. Wer hat meinen Kopf aufgeschnitten? Yeah, it's all a little fuzzy for me, but I've got a hunch. I'm gonna go do some snooping and see what I can figure out. Meet me by the riverboat in a day or so and maybe I'll have something for you. Ach, das wäre lustig. Nadine, deine Mutter hat mich gebeten, dich zu finden. Look, it's not that I don't want to go home or anything. I mean, I love my Ma, even if she does make me want to claw my eyes out sometimes. It's just, I came out here to find a fortune, to make my mark, to be able to bring something with me when I do come back. If you see my mom again, let her know I'll be coming back. Eventually, just, not quite yet. Woah, woah, woah! That was all Jacksons crazy idea. I knew better than a volunteer for that suicide mission. Last time I wandered too close to that mansion, some old ghoul sicked his dogs on me. Screw that! Erzähl mir etwas über dich. Was ist das, ein Date? Du beginnst eine Bewegung und es ist Zeit. Was? Es ist nicht viel zu sagen. Ich fuhr weg von Hause, um die Welt zu sehen und ein Glück zu finden. Und ich mache es jetzt, okay? Es ist nicht viel zu sagen. Ja, genug, Gavin. Lass uns gehen. Ja, wunderbar. Die wird uns helfen. Hat uns geholfen. Und jetzt sollen wir zurück ins Anwesen gehen. Naja. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann! Tschüss!